Willkommen bei Fette Compacting. Experten erwarten für die kommenden Jahre ein großes Wachstum der hochpotenten Wirkstoffe. Auch für existierende Produkte erhöhen sich die Anforderungen an den Bedienerschutz. Die neuen EU GMP Richtlinien verschärfen die Anforderungen zur Verminderung der Kreuzkontamination. Was Sie brauchen, ist effizientes Containment. Deswegen haben wir ein Containment-Paket für unsere Pressen entwickelt. Mit dieser Technologie verpressen Sie Produkte im Bereich von 10 bis 100 Mikrogramm sicher. Containment ist der neue Standard und wir machen Containment effizient.